Im heutigen Video sprechen wir über die kommenden Drop Details des vierten Infinity Stones auf Vivi. Außerdem sprechen wir auf jeden Fall über die nächste Briefmarke, die wir sehen werden. Und wir schauen uns auf jeden Fall den nächsten Disney Poster Drop an. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es, dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen auf jeden Fall wissen solltest. Und ich würde sagen, wir starten heute an dieser Stelle direkt rein. Bevor wir das aber machen, würde ich dich auf jeden Fall sehr bitten, falls dir das auf jeden Fall aufgefallen ist, ich habe meine Lichtqualität etwas verbessert, ob du mir mal in die Kommentare schreiben kannst. Ob das Ganze so auf jeden Fall zum momentanen Zeitpunkt passt oder ob ich da auf jeden Fall nochmal was rumschrauben sollte, schreibe es mir wie gesagt sehr gerne unten in die Kommentare. Jetzt aber würde ich sagen, let's go up ins Video. Und ich würde sagen, starten tun wir an dieser Stelle mit dem nächsten, beziehungsweise auch dem vierten Infinity Stone an dieser Stelle, der Freitag um 17 Uhr deutscher Zeit droppt. Und zwar werden wir hier natürlich, wie gesagt, auch nur ein Collectible sehen, was aber tatsächlich interessant ist. Wir werden das Ganze mit Animationen bekommen, was ich persönlich sehr interessant und auch sehr cool finde an dieser Stelle mit dieser Variante. Ansonsten wird das Ganze insgesamt einen Listenpreis von 30 Gems haben und nur eine Editionzahl von 4305 Stück. Und natürlich wird das an dieser Stelle noch eine First Edition sein. Ob das jetzt mit den Editionzahlen ihr immer weniger wird, das kann ich euch persönlich nicht sagen. Oder ob sie sich tatsächlich an den letzten Collectibles orientieren, beziehungsweise an den letzten Infinity Stone, wie viele hier wirklich verkauft wurden. Ja, das ist so ein kleines Gerücht, was momentan auf jeden Fall umgeht, dass eventuell das Ganze dementsprechend angepasst wurde an dem letzten Drop, der ja tatsächlich bis zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht ausverkauft ist. Und in dem Fall rede ich hier auf jeden Fall von Lokis Zepter. Nur, dass ihr auf jeden Fall wisst, was ich mit dem letzten Infinity Stone meine. Zum Jahr des Hasen sehen wir an dieser Stelle natürlich auch hier von der USPS zum Lunar New Year auf jeden Fall hier auch weitere Briefmarken. Das Ganze wird am Samstag, dem 21. Januar um 17.00 Uhr in deutscher Zeit drop. Und wir werden hier insgesamt zwei Briefmarken bekommen. Das Ganze natürlich wie immer im Blindbox-Format. Ich gehe davon aus, hier wird der Listenpreis 6 Gems betragen. Ja, und auf jeden Fall werden wir diese eine Briefmarke hier definitiv bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher, was für einen wir dann noch bekommen werden. Da werden wir dann auf jeden Fall sehen müssen. Finde ich persönlich ein interessanter Drop aus MCP-Sicht. Ansonsten werde ich den Drop aber sehr wahrscheinlich skippen. Außerdem haben wir auch noch den nächsten Disney-Poster-Drop. Und zwar sehen wir nämlich hier die Mini-Maus-Collection. Und das ist natürlich meiner Meinung nach sehr, sehr cool. Das wird wahrscheinlich nicht das letzte Poster sein, wenn ihr Poster-Series steht. Und wir werden insgesamt fünf Poster sehen von Mini-Maus. Und das Ganze wird natürlich im Blindbox-Format sein. Und wird hier an dieser Stelle zum Polka.day-Drop. Das Ganze ist an dieser Stelle tatsächlich der Sonntag. Und dort wird das Ganze dann um 17 Uhr deutscher Zeit dropen. Für mich persönlich ist das Ganze tatsächlich gar nicht mal so uninteressant. Ich finde tatsächlich das ganze Bild an dieser Stelle nicht mal allzu schlecht. Ich bin ein, ja sag ich jetzt mal so, auch eingefleischter Mickey-Maus-Fan. Von daher ist das Ganze für mich auch interessant. Aber ansonsten wird man auf jeden Fall sehen, was hier noch für Poster kommen werden von ihr. Ob die interessant sind oder nicht. Ich gehe davon aus, der Listenpreis wird hier an dieser Stelle in etwa bei 40 Gems liegen. Ansonsten kommen wir auf jeden Fall auf eine sehr interessante Entdeckung zu sprechen. Und zwar hat nämlich, Grüße gehen raus an den guten Caro, falls du das Ganze hier sehen solltest. Der ist nämlich mal ein bisschen eingestiegen in ein FAT-Thema. Und ist dann zufälligerweise hier tatsächlich auf Finanzierungspartner, beziehungsweise hier auf Fonds gestoßen, die tatsächlich bei Vivi investieren. Um ein ganzes Thema aber tatsächlich nicht aufzuglähen, werde ich dazu nochmal ein Video am Wochenende machen. Das heißt, seid auf jeden Fall da bereit. Am Wochenende werdet ihr auf jeden Fall ein paar sehr interessante Informationen bekommen zu dem ganzen Background von Vivi. Wer investiert dort und was wird da überhaupt investiert? Das werdet ihr auf jeden Fall dann am Wochenende erfahren. Das heißt, freut euch auf jeden Fall. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann drückt auf jeden Fall die Glocke, denn dann verpasst du auf jeden Fall definitiv nicht das neueste Video von mir. Dann schauen wir uns auf jeden Fall noch den letzten Medium-Artikel an, den Vivi uns hier auf jeden Fall gejobbt hat. Und hier geht es nämlich tatsächlich um die kommenden Rollouts für 2023. Und jeder, der sich denkt, oh mein Gott, wir haben jetzt hier endlich eine Timeline für die nächsten Projekte, muss ich euch leider enttäuschen. An dieser Stelle ist es tatsächlich einfach nur, wie das Ganze dann von Prozess her stattfinden wird. Und zwar wird es nämlich so sein, dass es natürlich für manche Dinge, die eingeführt werden, tatsächlich auch keine Beta nötig ist. Das wird einfach eingeführt und dann wird, wenn Feedback einkommt, werden die Sachen halt einfach verbessert mit den nächsten Updates. Jetzt wird es aber natürlich interessant. Und zwar geht es hier nämlich explizit um das Thema Beta-Tester. Und wir haben das nämlich in dem Fall so, dass wir tatsächlich auch hier mit dabei sind. Und wer sich jetzt fragt, ja, wie werde ich denn jetzt Beta-Tester? An der Stelle müsst ihr tatsächlich mit unter einer der aktivsten sein in der App. Dann werdet ihr auf jeden Fall ausgewählt und bekommt eine E-Mail, wenn es irgendwas zum Beta-Testen gibt. Sei es zum Beispiel Crypto Pay-In oder zum Beispiel auch MCP, whatever. Was ganz wichtig ist an dieser Stelle, ihr bekommt ausschließlich von Vivi über diese E-Mail hier wirklich auch einen Einladungslink und das nämlich Vivi-Mail.me. Alle anderen Mails sind an dieser Stelle scammed, das heißt, auf jeden Fall aufpassen. Ansonsten schauen wir uns auf jeden Fall an hier die Rollouts, wie das Ganze dann vonstatten gehen wird. Und zwar wird es nämlich so sein, dass wir zum Beispiel hier dann den ganzen Start am 1. Januar haben und das Testende wird dann am 5. Februar sein, das heißt in etwa einem Monat. Insgesamt ist es auf jeden Fall das Tage 20.000 Beta-Tester zu haben, zum Beispiel für MCP. Und dann fängt das Ganze halt an in Woche 1 mit 200, 500 und dann 1000 User. Dann in Woche 2 2000, 3000, 4000 und so weiter und so fort, bis wir dann endlich bei 20.000 bei 5 Wochen sind. Und ja, meiner Meinung nach auf jeden Fall etwas, was ich auf jeden Fall kurz mit euch geteilt haben wollte. Ansonsten wird das ganze Dokument tatsächlich auch fortlaufend aktualisiert. Das heißt, wenn ihr auf jeden Fall hier nichts verpassen wollt, dann schaut auf jeden Fall bei mir vorbei. Ich schaue da öfter mal auch rein. Ansonsten hier, was ihr auch gerade schon seht, am 18. Januar wurden hier auf jeden Fall die neuen Search-Updates. Das heißt, für die Search war das Ganze eingeführt und ja, auch bald für den Apple Store bzw. für iOS verfügbar. Ansonsten steht hier noch Payout, Crypto Pay-In ist natürlich immer noch in Bearbeitung. Sie sind aber auf jeden Fall da dran, das Ganze tatsächlich wieder hier zu supporten, und dass ihr tatsächlich wieder auszahlen könnt. An dieser Stelle wird tatsächlich Wire noch geprüft, ob sie tatsächlich wirklich der optimale Auszahlungspartner sind an dieser Stelle. Wenn es dazu irgendwelche Neuerungen gibt, dann werdet ihr natürlich hier erfahren, aber natürlich auch offiziell von Vivi. Und ansonsten war es das tatsächlich auch schon an dieser Stelle mit dem ganzen Video. Wenn dir da draußen das ganze Video gefallen hat, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen und Mittagelabend. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.